Die Rückenübung, einarmiges Ruder mit der Kurzhantel. Leider hier natürlich auch klar, exzentrischer Bewegungsablauf viel zu schnell. Konzentrische Phase, nicht zielmuskelfokussiert, dazu noch mit einem ganz runden Rücken. Und manchmal natürlich auch mit viel zu viel Schwung. Korrekte Ausführung, Rücken ganz gerade, Arme nach unten, leicht nach vorne, Latissimus dehnen und kontrolliert in die exzentrische und konzentrische Phase einleiten. Das Ganze ohne Umkehrschwung ausführen.